Und Damen und Herren, herzlich willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Fake Ground Order. Ich bin der Samus dem Affix und wir sind hier im Wahnsinn der Forerunners. Beim letzten Mal sind wir hier auf Abigail Williams und die Werte MHX Summer gestoßen, die ja hier von Annegret Yank beeinflusst wurden und diese konnten wir bezwingen. Sie sind nun wieder in Kaldea zurück, doch Hokusai und auch natürlich Yank sind hier noch unterwegs und durchschreiten hier den Wahnsinn. Deswegen müssen wir die Dame natürlich hier aufhalten, liebe Leute. Wir machen das natürlich mit unserem netten kleinen Castorio. Und dann hoffen wir mal, ich glaube die Part haben wir letztes Mal schon mal benutzt. Ja, why not, liebe Leute. Ah, ich überlege nur. Ja, nee, wir lassen es so. Okay, nee, passt so, passt so. Im besten Fall, ja. Es wird wahrscheinlich auch wieder so gut klappen, dass Yank wieder stirbt, aber ich hoffe jetzt einfach mal nicht. Also, liebe Leute, legen wir los mit unserem Forerunner-Team. Im great to avoid sea badly mentioned and scramble to the surface Nautilus. Extract sea of fern deities 3 out of 5. Im great to avoid sea badly mentioned and scramble to the surface Nautilus. Extract sea of fern deities 3 out of 5. Is that what you call this crazy mess? Hehehe, I am kidding around. Those mountains, rivers and tutors were nothing compared to what's the bad. Excuse me, Hokusai. But before we get started, I have to ask you something. Your father-daughter bond skill should have been with daughter when you lost us in the 4th area. So, why did you answer Yankerface call? I still link to the Outer Universe even now. Eh, my shows pretty much left my party back when at Altegorek I'll knock me in St. Lass. And nothing about Noelvich or Diderotchi or whatever it's called. All I did here were forced to switch over to Ms. Berojan. See? What happened here was Ori and me had a little talk. I told her. After all that painting you got to do, it's only fair that I get a tattoo on tour. You can't expect your old man to sit out there while you have fun, right? And being the good girl that she is, she agreed to let me borrow a spirit urchin for a while. I don't know what I did to deserve her, but damn if she don't know what makes a painter tick. Well, our painter would have been reluctant to let the old man have the artist's paradise all by himself, but not her. Anyway, there I have it, Master. I got a lot of painting to do and I'd like you to be here for it. I guess bonds can be too strong, yeah? This is my music with Raiko upfitted. It looks like Katsuko Hokusai isn't beholding to any Eldritch power. He just wants to test his skill against ours. This might be the perfect chance to show off your own painting skills, Van Gogh. I thought so, too. I can feel Van Gogh's memories and talents searching in my mind. They're practically gauging to complete in its kind of contest. Okay, Hokusai, let's do this. Hello, you are as welcome in my studio, Professor Raul and as a model. Können wir also das einfach als Kunst-Battle machen? Weil diese Fortnite-Battles, die sind ganz so tricky. Also, ganz ernsthaft. Das Spiel hat ja Lostbelt... Ich weiß gar nicht, Lostbelt 1 ist Beschenkung, glaube ich. Und man sollte natürlich Lostbelt 3 abgeschlossen haben dafür, weil da wird ja Nemus Identität aufgeklärt. Uh, Schemus-Musik. Das Spiel ist erst mal zu selbst. So, und dann bitte auf den Assassin. Ah, vielleicht hat man jetzt Young Star-Bomb machen sollen. Egal, passt schon. Dann malen wir erst mal. Aber Leute, wir könnten das doch hier wunderschön als Mal-Battle machen. Nehmt, stimmt. Kein Kämpfen, einfach nur malen. So würde ich mir das vorstellen, aber... So leicht ist es leider nie. Ne, ich muss echt sagen, was mich an, äh... Goffs-Kit, ehrlich gesagt, am meisten, am meisten gefällt es nicht. Das Ultimate Critter, das ist dieser Terror-Effekt. Der ist so mega gut. Ja, kannst mich gerne haben. So. Hätte ich ja nicht vorgemacht. Egal. Geht auch so, liebe Leute. Weil, wie gesagt, dieses, äh, ständige Terror, also, Terror ist ja nicht das Beste, weil es halt nur eine random Chance hatte, zu triggern. Aber allein, weil es halt so oft, äh, weil die Chance halt so oft passiert, das macht es so gut. So, hör auf. Sag, hör auf. Böse Monster. Böses Monster. Komm, Castorio, du schaffst es. Die glauben an dich. Castorio-Crit-Monster, sehr schön. So, jetzt sind leider Gox-Buff schon wieder vorbei. Mox-Buff schon wieder aktiv sein. Mox-Buff schon langsam, aber passt schon. Müssen ja erst in der letzten Wave wieder aktiv sein. Oh, ein Assassin, starker. Ah, ich hätte auch Karte mitnehmen sollen, das war schlauer gewesen. Sehr gut, äh, war jetzt nämlich der Plan, dass es überlebt. So, genau damit wir nochmal Big-Foreigner-Damage machen können. Sehr gut. Okay, Leute, jetzt beginnt der lustige Fight gegen, äh, Hokusai. Und wir wissen, sie ist ein Forerunner, das heißt, sie kann unsere Forerunner auch mit Leichtigkeit auslöschen, man. Es ist echt so dieses, äh, High Chance, High Reward-Ding, dass sie halt, äh, immer Bonus, also, dass wir eine Klasse haben, die gleichzeitig natürlich auch mehr Schaden dadurch bekommt. So. Wenn HP Regisierer Applied Forced, aha, lustig. Decreased Targets, Arts Attack Resistance. Ah, ja, okay, das ist ihr Standard-Buff, den sie hat, nur eben noch ein bisschen fieser. Also, Rückclub Max, schaffst du. Nächste Runde schaffen wir's. So, ist alles in Ordnung, sieht gut aus, dann machen wir den. Gok kann sie nicht killen, Yang kann sie nicht killen, ist alles in Ordnung. Sehr gut. Oh, nein, das ist jetzt einer von diesen Trigger-on-Death-Buffs. Okay, das ist nicht gut. Aber jetzt wird's gut, liebe Leute. Jetzt machen wir den. Dann machen wir den. Und dann, äh, mh, hieb uns hier im Peeper-Ding noch auf, machen wir den hier. So. Arts hat sie ein Taunt of Castorias jetzt gemacht, okay. Ist aber nicht so schlimm. So. Jetzt, äh, also das Wichtigste ist natürlich, wie ihr und ihr, äh, Hokusai zu zerstören. Wenn wir das MP loopen können, und das sollte eigentlich ganz möglich sein, dann haben wir eh gewonnen. Dazu haben wir jetzt erstmal zwei Winze-Bases mit Castorias, sie hat das Evade von Goch. Ja, das, das sollte man schon schaffen. Wie gesagt, ähm, in dem Event zumindest ist das Goch, äh, Goch und Hokusai ein mega geile Kombo. So, jetzt ist der, der Tauntor weg von Castorias. Ich meine, der hätte mich jetzt eigentlich gar nicht so gestört. So. Ah, pass, pass, pass. 70 Prozent. Sehr gut. So, Hauptsatz. Oh, 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 oh. Diese Trigger-Buffs, die interessieren mich gar nicht, man. Die interessieren mich einfach gar nicht. Wisst ihr, wieso? Weil wir das so machen? Oh, nein, äh. Ah, pass, pass, pass. Okay, gut. Äh, so. 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 Ja, 400.000 macht sie locker. So, nächste Runde kann man dann nochmal auch ihre MP-Batterie aktivieren. Da sollte sie dann, äh, 60, 60 Prozent der MP-Batterie bekommen. Übrigens, Leute, deshalb muss ich sagen, das war echt meine Dummheit. Ich hab das immer nicht gecheckt, wie ihr dritter Buff funktioniert, weil ich dachte immer, der geht für drei Runden, ne? Ähm, dass wenn die Gegner sie angreifen, dass man halt im Endeffekt 90 Prozent die Felser auf die Gegner machen kann. Aber es geht für drei Attacks und drei Runden. Aber trotzdem gut. Sehr gut, ey. Also. So, dann nächstes Guts weg. Okay, so. Irgendwann werden im Event saumäßig die Gegner die tausend Guts haben. Okay. Stört nicht. Stört nicht. Okay, das ist eklig. Ah, sie ist gesund. Sehr nice. Ja gut, ich werde jetzt einen von denen killen müssen. So, und, ja, weil Hokusai kann man leider nicht angriffen, aber die haben eh so wenig Leben noch. Das sollte mich jetzt nicht allzu sehr zurückwerfen. Vielleicht doch. Jo, gut. War nicht unsere beste Idee, aber sie ist gestunnt. Hokusai ist ja gestunnt. Hokusai ist ja gestunnt. Alles gut, liebe Leute. So. Oh, wie geht's? Echt, vergesst mal. Oh, verdammt mal. Jetzt hat sie ja entführt aus, aber das stimmt. Sie ist ja gestunnt. Okay, dann haben wir hier gewonnen. Dann zerstören wir erstmal den. So. Nice. Ah, er burnt nicht mehr. Dann machen wir es so. Sage ich Goodbye, Hokusai. Oh, Leute, das war bis dato unser schönster Fight gegen die Foreigners. Es ist so gut geflutscht, man. In dem Übrigen ist alles zurück, dass die beiden nicht zusammenpassen, man. Ich meine, das ist in dem Event natürlich, ich meine, sie haben alle tausend Milliarden Prozent Bonus Damage, aber es flutscht echt, man. Es flutscht richtig, man. So. 287.000, ja. Der Trigger Death Effect interessiert mich nicht, Mädel. Das war's. Das war's. Das war's. No. No. I'd hand the special out of some bacteria, but I'm kinda stuck to like this. Am I using my normal fantasmas to nudge it back to your hair for me? Not at all. Das Sterne Nacht. Und schon wieder hochgesagt, ich will das Böse angestellt. Sorry about that. Sorry for making your life harder, Captain. Say, Hokusai, would you like to come by my room later? I still want to talk about art. Huh? Hey, gosh, I don't know. Should I? Hey, Master, we got any other bit left to fight? We do, I think we better do it first. Ist sie nervös? Mag sie kochen nicht? Oh, Hokusai, oder bist du neidisch, Mann? Ich glaub, sie ist neidisch. So, okay, dann hat das auch wieder sehr gut geklappt. Sacken wir hier die Punkte ein. Und das schöne Quartz und, liebe Leute, du wartest natürlich noch eine Gefahr auf uns, die keine Gefahr sein kann. Genug Tentackel fürs jetzt. Meine gute Yank. Oh, ich darf... Ach, doch, ich darf auch einen Servant nehmen. Das wäre nämlich gar nicht gut. Schau mal kurz auf irgendwelchen Küstern mit fetten Karten. Gibt's nichts, oder? Naja, dann nehmen wir die auf Level 102. So, und da werden wir jetzt ein bisschen anders vorgehen. Wir werden das so machen, denke ich. Oder sollen wir doch wieder das Koch-Team nehmen? Das Koch-Team, das flutscht halt einfach so sehr. Okay, warte mal. Wir machen das ein wenig anders so. So. Ich würde sagen, wir machen das so. Jetzt tun wir ihn nur raus. Tun dafür Irish rein. Für die erste Welle. Machen wir schon mal wieder ein paar Gegner weniger. Mich ärgert, dass wir für Image 6 dann keine Karte haben. Aber so ist es halt. Und dann machen wir das wieder so, liebe Leute. Why not? Das hat jetzt ganz so mega gut geklappt. Und ja. Es wäre natürlich schön, wenn wir mal ein C-Drop, dann würde es noch besser klappen. Aber ich denke, das wird sich erledigt haben, liebe Leute. So. Ja. Nee. Das blödeste, es dauert immer nur drei Züge, man. Das heißt, wenn ich dann beim Boss bin, dann ist es eh schon zu spät. Also, liebe Leute, auf zum letzten Fight. Das Great World Engineer Scramble Event to the Surface Nautilus, I cracked Sea of the Foreign Deities 4 out of 5. Ja, wie konnte es du? Ich liebe dich doch, und ich grail dich doch. Welcome to my otherworldly inner palace, my beloved Emperor. I must say, I never expect you to defeat the other dancers and make you wave straight to me so quickly. You have made me so very happy. I fear the sheer bliss may drive me to the delirium. Lady Leangoufey. I don't think she even sees me. She's just looking at Master through the camera. So am I shut. But can you let me have a turn? I promise I'll be real quick. Yo, yo. It's me, Betty. Do you really not recognize me? I were you only using the bare minimum of your madness enhancement like to act like we were friends. Oh, gods. That's certainly what it was, wasn't it? I'm such a backer. I should have known I'd never be friends with a junior princess like you. But as embarrassing as it's realized our whole Nakama thing was such shame. There's still one thing I know from spending all of the time with you. The way you smiled whenever we ate liches or when you were playing with your marines. I'm positive that was the real UU. So even if they might be a little broken. There's no way my Machan will let you any servant with redeeming qualities like you that get away. And that of course got for me too. Okay. That's all I had to say. Get her Machan. That's one way to hide your embarrassment, Betty. What are you talking about? I don't understand. After all, my beloved Emperor was sealed away in the far reaches of Fumalhaut. Now wait. Was he put to rest in the tailing mausoleum? There you are. Damn. Just when I thought we might have gotten through to her. Our Emperor, my beloved Emperor. Please don't leave me again. All I want in this life is to stay by your side until the flame of life goes out. What's that? I must be terribly cramped in this tiny body. Why, yes I am. That is why I created Hellfire from your favorite star while I waited your arrival. Now, I will use the frail vessel to kindle our flame on the seventh night of the seventh month just like in the palace of eternal life. Oh, to be where I laugh puts in the sky and wind the branches on the earth and to never again be separate from one another. I will become one with the Emperor now that make a dream come true. I shall become a living flame to consume this world and all other worlds beyond the stars. Imperial Edict The Taoist Nun of Pinguy Young Teyzen declares A noble phantasm is about to engulf the entire sea. Can you do this, Weingogh? Of course. Lady Young Teyzen, you recognized me as one of your class. You said you didn't want to hurt me and you even liked me. I can't imagine it was all an act, but if it was, I still need to pay you back for your kindness. That's what it means to be human, right? And since Nina, me, no Nemo, no Master, or your Emperor. I'm going to show you what it's like to have your proposal met with noid. Nein, nimmer. Nimmer. Nimmer mehr, liebe Leute. Also, dann ist es wohl Zeit für das voluminante Battle hier, dieses Dancing to a News. Der Forerner, der letzte Kampf hier gegen die Outer Gods. Es ist Zeit, meine geliebte zu besiegen. So, aber erstmal muss Arashia aufräumen, oder? So, wir setzen nur bevor Arashia seine Moose macht. So, erstmal ein bisschen schön Arts Gain, dann ein paar nette Crit Stars und dann ein kleines Delle. Ihr seht, ich habe auch ein paar Command-Calls gegeben, die, dass er in der Sterne will. Uh, hat nicht gelangt, oder? Damien, naja, ist nicht so schlimm. Solange sie nicht gerade gritten. Super. So, aber, Mann, so, 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 oder, ne, so. Oh, das war enttäuschend. Das war sehr enttäuschend. Sprit jetzt wieder. Ja, Chas, Chas. Alter, hör halt auf zu critten, Mann. sterben schon bevor wir ankommen, oder? Läuft net. Weil ich durchkomme, ohne meine Skills einzusitzen, aber ich denke, dass er wird nichts werden. Ja, gut, es sind immerhin gute Servants. Wartet, dann machen wir den hier. So. Als Highlight wäre natürlich gewesen, wenn wir durchgekommen wären, ohne überhaupt einen Pia anzusitzen. Und das direkt für die letzte Runde aufheben, deswegen habe ich erst überlegt, dass er Space hier reintor, aber, okay, dann wird schon gegenseitig. Oh, so nicht geliebt, Mann. Ja, klar, ich habe keinen Ausbau, aber ich kann kein Kastorius Ausbau verhindern, das ist, wir gehen ja down, Leute. Aber jetzt haben wir das Empie von gerufen, das soll schon gut geteilt. Aber vielleicht immer Glück, dass auch einer jetzt noch von denen geterrort wird, dann geht das schon. Also, dann noch eine Guckkarte, sehr gut, sehr schön, charge dein MP, genau. Oh, Traum. So, dann, zack, zack. Äh, warte, so. Gleich schaffen sie es. Sehr gut. So, und letzte Runde, so. So, Gohko hat auch wunderschön ihr MP wieder aufgeladen, jetzt geht die Party richtig los. Also, liebe Leute, auf zum zweiten Grand Battle, na, Grand Battle hatten wir schon. Dann ist es noch das Fatal Battle und natürlich auch noch zwei Assassins, weil, why not, liebe Leute, Assassins gehen in der Bau, oder? So. Erstens, zweitens, und ja, machen wir, machen wir, passt auf. Einfach MP spam, also, erster Break was sollte jetzt ziemlich leicht werden und danach schauen wir mal. Hatten wir wahrscheinlich facecarten können? War ein bisschen dumm, wir hätten das facecarten können, aber egal. Yang versus Yang, liebe Leute, aber es gibt einen Unterschied zwischen unseren beiden Yanks, und zwar, meine hat die Kraft der Liebe. Meine ist nämlich eine gute Yang, nicht so, fühlen Sie sich eigentlich wie vor dem Alien-Gott hier beeinflusst wird, liebe Leute, wo kennen wir das mit diesen Alien-Gottes her, das habe ich noch nie gehört, Mann. So, wenn sie übrigens das Invincible einsetzt, das wäre natürlich richtig malig. Alter, willst du mich verarschen, sie hat, sie hat Yang gecharpt. Ah, das ist alles so kacke, Mann. Okay, ähm, ich mach's doch weg. Sie hat einfach Yang gecharpt, man, akzeptiere ich irgendwie nicht. so. Guck, gehauhaut. Oh, Break! Der Gritta gesessen. Alter, Mann, das Spreading Fire, das tut gerade, wird das ganz schön wehtun. Aber okay, es wird uns eigentlich ja nicht mal wehtun, weil, wir beenden es ja, liebe Leute, denn ich habe nicht gewarnt. There can only be one, Yang. So, sie burnt. Burn, baby, burn, das ist immer gut. Oh mein Gott, das Spreading Fire, wird uns so hart wehtun. Spreading Fire, das tut uns gerade mega weh. Aber okay, ja, wie gesagt, wir hätten es mit Space hier schon machen können, hätten wir wahrscheinlich auch hier schon machen können, aber Leute, es flutscht so gut mit Yang und, und Leute, es sind ja BFFs, liebe Leute, und BFFs darf man nicht trennen. so, bye bye, Fake Yang. Ich habe euch gesagt, dass meine Yang die Kraft der Liebe hat, Alter, 4000 nehmen. Ja, genau, ja, genau, ja, genau. Läuft, läuft, läuft. So, hat man die Yang übergeben wir mal in den Witze, oder? Ich weiß gar nicht, kann das, äh, kann das Fall, sie töten wahrscheinlich schon, mit ziemlicher Sicherheit. Äh, wenn es auch nie klappt, man. Egal. Am schlimmstenfalls muss Kastori das mal muss das so lohnen. Der ist der in den Arten. Nee, ich glaube, eine ganze Partie stimmt jetzt an den blöden Fireman. Die Geister sind halt echt barig mit ihrem Spreading Fire, man. Bye-bye, Servants. Ja, kannst du killen. Hast du das gut gemacht, Yank? Ich finde es übrigens sehr schade, dass Yank kein Spreading Fire hat. Das würde ihr noch sehr helfen. So, liebe Leute, sehe ich da. Jochi in Full Power, oder? More Damage! Und jetzt erstmal schönes Spreading Fire, weg, man. Hey, Leute, man, Kastori das Buff Removal. Ah, T-Buff Removal, das ist so mega nice, man. Dazu, dass sie halt eh so ein krasses MP hat. Wer bernt hier, meine kleinen Freunde? Und jetzt kommt noch ein schöner Crit. Ah! Ich hätte noch einen Attack machen müssen. Ja, dann zielt das MP. Ja, dann Paralyze halt. Oh, so gestorben. Oh, na gut, liebe Leute, auch wenn wir eine gute Yank leider hier... Na, Leute, Yank ist durch Fire gestorben. Das ist schon irgendwie traurig. Erstmal ist sie gecharmed, dann ist sie durch Feuer gestorben. Ist schon hart traurig. Und woher hat sie eigentlich die Charms gehen, liebe Leute? Das würde mich eigentlich mal am meisten interessieren. Wer hat mir die Drecksreaktion gegen Chaos gegeben? Die könnte gleich wieder eine behalten, man. Yank so gefällt, als Fruits droppen oder sowas, man. Nö, gefällt mir nicht. Also, Leute, komm, die Kraft der Liebe. Erwache mal, die Yank. Ah! Why, 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 why? Tell me, Emperor. Tell me, tell me, tell me. Why did you refuse my flame? Coffee, is there another fantasy, Brandy? Yes. Here comes. There's a starne Nacht. Das sieht echt spooky aus, wenn sie so schaut. Oh, no. I was afraid of this. What's wrong, Van Gogh? Now I know why something felt off when I used my novel fantasy on Lady Yank a way before. I just ran a deep scan on her, Foreigner Spirit Origin, and almost 90% of their capacity is occupied by the Evil Scots Terminal. 90%? Yes, so if you try to tear the two apart, her Spirit Origin won't survive. According to my database, in life, young Yohan had no infliction for madness that would make her an attractive target for an outer universe or divinity. However, we cannot ignore the fact that it's also her body went missing after her death. At this took place in the past, I cannot use my prognosis' abilities to say for certain, but to speculate on what may have happened. I would guess that an outer universe faction caught wind of her keen mind in the world, laughed for her emperor, and used her body as the base up in which to build the heroic spirit we see now. As a result, most of her Spirit Origin is flooded with reverence for the universe, despite having no connection to it in her lifetime. It is truly a tragedy. All Yang ever wanted was to make Bai Yuji's poem a reality. So these evil gods have been using her, toying with her, all for their own twisted ends. That's just like what they did to me, Lady Angerfey. Why, why, why do you look so sad, my beloved emperor? All I want is to serve you faithfully. It seems my spirit, my body has met its end. But now it comes to 1000% Woosetern die Retterin. Does this mean you have no longer need of me? As much as it pains me, if you wish for me to disappear, then so be it. No, don't. Lightning deployment team here. Do you read me, Van Gogh? With some help from Nemoth Nurse, we created a torpedo loaded with a liberation spell, similar to what we did in our final battle against you. I just fired it. Oh, I'm also tired, and it includes a binding spell. Yangerfey should no longer be able to move. What is this? So she's still trying to fight back? Dimpudent. What are the rest of you waiting for? Off you go. Hurry along. Oh, shut up. We're here now, aren't we? All right, you two. Get going. Hello, Van Gogh. I have come too. Hehehe. Friend, wait. What about your swimsuit, Lady Rosatan? Huh. I command Skark, Skarki, to Harry and fashion me in an appropriate outfit, but she said she did not have the time. Kommt noch. Dann wirst du auch zu einer guten Wahl. Since then, I had her slap one of those white chips, what's set, directly into my spirit origin. At work, but my spirit form is all messed up. So I am no shape to aid in battle. That sounds so amazing. I mean, painful. Why did you get such lengths, Lady Wu? Lady Wu, how uncuffed. You may address me either as your Imperial Highness or a nap bride. Ask for a while when such lengths. Well, it's only right that I snuff out a fire that came from my country, no? At any rate, you're there, Yang Yohan. You may do so while knocking your knees altogether if you wish. But you will listen to me. I'm Wu Zetan, also known as Holy Empress Zetan, and I'm your grandmother-in-law. Do you even think of claiming you haven't heard of me? I must say, that is quite an odd twist of fate that we should meet in a strange and a foreign land like a thousand years after our death. But never mind it now. I don't think you need to go quite that far. Lady Nightbride, maybe threatening her isn't the best way to go here. Lady Nightbride? What does that sound right? Rita, no matter. Thank you, who is it? Let me in our fantasy for a moment. Is that even possible? Goddess here. My goddess here, I own it. Only it would not be. But thanks to our vector and the white ship, we can indeed link your and Wu Zetan's production. But we only just met, and that's not so intimidating. What in the world are you talking about? This will be a pure tactical collaboration, nothing more. But one connecting to a fallen aspiration drive you mad. That is where this electric girl comes in. Trust me, I have thought of everything. I am a monster. I can handle fear and madness. Now you have it. We will connect both of you in their tandem, with reenacting us intermediately. Now hurry up, before the binding spell fades. Monum, are you going to do something mean to her? Enough! I wanted to believe me, but Master was that set against it. Why not? Love, though I am not detected, I do have a peaceful place a month. Got it. Connecting. What happened to the spirit ocean? I knew this would be difficult. Monum, is it so more painful than I expected? And laggy, can't you stabilize the connection speed? Well, no matter. I suppose this will suffish. Alright, here goes. Sing, see. Disconnecting. Here, there we go. Nailed it. First try. Just another example of how amazing I truly am. Alright, Van Gogh. You can take her into custody. Lady Anger Fae. What did you do to her? Nothing, really. I merely offered it a spirit ocean, sparmal spirit ocean, with horrific, strict, and complicated operation restrictions. If destroying here is not an option, we need merely bind her with ruse. Just a shorter solution you would expect from me. No, Master. You're the best of this emperors a master could ask for. Stop before you make me blush. Now as for what this Yang Yohan girl will be like going forward. Her sense will remain unchanged. Underneath her innocent exterior, she will continue to think of nothing but her beloved emperor. No doubt, she will still wish to marry said emperor. But worry not. One of the restrictions a place on here requires her to grow to a point where she is ready for marriage. She may not be as diligent as me, but she is enough of a hard worker that she should soon learn how to control herself in order to achieve their growth. And if, Master, you were to take advantage of this opportunity to help her truly grow as a person so that she becomes the person she merely behaves like. Perhaps in time, you may even be able to completely remove the terminal connection here to this outer universe. So, I suggest you think of her as a newborn babe even more so than the three stars of Caldea prized lava swimming team and praise her accordingly with warmth and compassion. Of course, infants require educations. If you like, I would be willing to personally teach her how to be a proper lady. Thanks, but no thanks. He he he. No need to be so modest. I must say, I never would have let her off the hook so easily. Before, it seems being a servant has allowed me in me out. Thank you, Lady Napriade. No need to thank me. All I ask in return is that you teach me the ways of Western painting. What a great opportunity to defend and enhance my artistic powers. Hey, yes, of course. My teaching and I'm plus how to win. It's like a dream job. That takes care of that. I'm tired. Gonna be lazy. Papa ist so stolz auf dich. So, liebe Leute, können wir jetzt mal mit Yang irgendwie reden? Lebt sie noch? Ist alles gut mit dir? Ich hab doch keinen Wollf mit einer guten Yang-Grein. Aber wird schon. Okay, liebe Leute, sackeln wir die Punkte ein und dann zack. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt nochmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann zum grande Finale des wunderschönen Imagine Scribbles Event los. Bis zum nächsten Mal dann. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.